Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir ein paar ganz charmante Gäste im Studio. Sie zeigen uns die Avela Strumpfhosen-Kollektion, die exklusiv bei Coop erhältlich ist. Eine topmodische und hochfine Strumpfhose ist die Avela Charme aus einem seittig-weichen Gantrescarn. Sie hat einen V-Slip mit einem Baumwollspickel, der besonders angenehm ist zum Tragen. Und eine sehr strapazierfähige Strumpfhose, das ist die Avela Classic. Sie hat einen verstärkten Slip und ebenfalls verstärkt ist die Spitze, der Spickel und die Fersen. Die Avela Ideal ist ein Slip ohne Note. Und darum speziell gut unter Jeans oder unter Hosen zu tragen. Die Stützstrumpfhose Avela Bellform ist speziell für Frauen, die viel auf den Beinen sein müssen. Und das macht Coop zu ihrer Information. Auf jeder Avela Strumpfhosenpackung hat es eine solche Messnabelle. Und da können Sie genau ablesen, Ihre passende Größe. Sie sehen, bei Coop sind Sie informiert. Und Coop bietet für jeden Wunsch die richtige Strumpfhose. Und jetzt noch zu speziell günstigen Preisen. Und ich habe jetzt noch eine Überraschung für die Männer. Bei Coop gibt es jetzt nämlich eine grosse Auswahl an modisch aktuellen Herrenhempern. Und wie gut, dass man in so einem Coop-Hembe angezogen ist, das zeigt unser Modefotograf in einem Film. Wir sind für Sie bei diesen Aufnahmen dabei. Das Hemd gibt es bei Coop in einer pflegeleichten Baumwoll-Polyester-Kombination. Oder das Modell in 100% Baumwolle im dynamischen Pilotenlook mit zwei praktischen Brusttaschen. Oder das sportliche Modell aus 100% aufgerauter Baumwolle. In verschiedenen Farben und Dessin. Alle die modisch aktuellen Qualitätshemmchen, nämlich drei Modelle in acht Farbvariationen, finden Sie jetzt in Ihrem Coop-Warenhaus oder Ihrem Coop-Center. Und zwar zu wirklich erstaunlichen Preisen. Achtet Sie auf Plakate an der Coop-Schaufeister. Die attraktiven Hemdchen-Angebote finden Sie jetzt, wie alles andere auch unter einem Dach, natürlich auch im neuesten Coop-City-Warenhaus in Winterthur. Ja, und morgen Punkt 9 ist die Eröffnung von dem neuesten Coop-City-Warenhaus. Sie haben gesehen, Coop sorgt immer wieder für neue, moderne Einkaufsmöglichkeiten. So, das wäre es gewesen für heute. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Guten Abend miteinander. Die Hemdchen, die wir Ihnen gerade vorgestellt haben, gibt es bei Coop jetzt besonders günstig. Das in modischen Fantasiemuster nur 16,90. Und das Hemdchen aus reiner Baumwolle, aufgraut, nur 14,90. Das Hemdchen im Pilotstil aus reiner Baumwolle nur 19,90. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 14 Fischsteaks, Goldstar, tiefgekühlt und vorgepachen, statt 3,55, nur 2,90. Zwei Pack Arni Biscuit Domino, statt 3 Franken, nur 2,20. Ein Rollen Biscuit Chocoli Oulevet, statt 2,20, nur 1,65. 100 Gramm Hinterschinken, nur 1,55. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, zweimal ein Liter Happy Day Orangensaft oder Gräbfriensaft, statt 2,40, nur 1,70. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.